So, wir machen weiter mit Gears of War 4 Ah, ich muss noch mal gegen das Riesen-Deaf fighten Scheisse, Scheisse Merci Vergangenheit Tipp, oh Ich kann schon wieder jumpen Spätschmutz Nein! Nein! Nein, 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 das darf nicht wahr sein, nein, das ist eine Scheissstelle, wenn du in Koop spielst. Das ist für mich, okay, suchen wir einfach den Tunnel hier raus und arbeiten uns zum Erztransporter vor. Okay. Wir haben einen Weg hier raus, oder? Oh, ja, natürlich. Ja, ich denke es. Oh, da werden wir Muni gelegen. Ist da noch Muni oder sieht das nochmal so aus? Doch, doch. Ja, 5 Schuss, für das werde ich eigentlich nicht zurück. Ah. Okay. Okay. Das Problem ist die Verlierung in Waffen, oder? Ja, das nehmen wir natürlich nicht. Das ist gut gebrauchen. Wo ist das? Das kommt nochmal aus, oder? Oh, Jesus. Aufpassen! Sparen direkt voraus! Das ist schon kaputt. Ja. Der Jungs. Der Jungs. Der Jungs. Ja, das geht mal. Der Jungs. Der Jungs. Der Jungs. Okay, James, dieser Erztransporter, in welchem Zustand ist er? Sprengschuss. Ja, wir kommen da schon wieder raus irgendwie. Das wird schon schief gehen. Hey, Marcus, dem sind wir auf dem Hinweg begegnen. Es ist nicht mehr weit. Also nein, nicht draussen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwie noch hochkommen. Der Lift ist ja kaputt. Ich wundere, ob jetzt wieder alle hier sind oder ob die, die ich kaputt mache, kaputt bleiben. Ich denke, da blinkt etwas, aber nein. Nein, nein. Noch mehr da vorne! Macht euch bereit! Hey, Marcus nicht! Ah, mit Moritz? Na schön, wer für dich ist. kommt schon wir sind fast da wo ist noch eine gut munition ein bisschen um kann man die Hümpel weg oh Gott das geht immer Nein. Noch ein Hässer! Lass euch nicht schnappen! Scheisse. Ich muss hier. Schon bin ich down. Hallo, hol mich zurück. Ja klar, nein logisch. Logisch. Jetzt ist es immer so gut gegangen, aber da kommt viel. Unschwer. Die Waffe finden. Entschuldigung, er hat mich da. Scheisse. Scheisse. Jetzt geht es mir. Zweimal. Ich weiss nicht so, dass wir nicht eins machen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr. Aber? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Oh ja. Schon wieder. Das dritte Mal. Oh Mann! Ich bin getroffen! Jetzt wird es nicht. Jetzt ist der Kollege auch noch down. Ich brauche hier mal etwas. Jetzt gibt es mehr. Ja, und beide. Shit. Die sind mühsam. Das ist etwas für Coop-Play, oder? Die Kollegen kann ich raus holen. Aber wenn du mit einem One-Hit gehst, gehst du down. Und dann pflückt er dich. Ich kann nicht viel machen, wenn du mit einem One-Hit gehst. Ja? Oh Gott. Komm schon! Das ist nicht euer Ernst. Das setzt mich ganz zurück. Das hat das Kapitel neu. Das hat das Kapitel neu gestartet. Das ist ja wirklich... echt. Das darf nicht wahr sein. Das Kapitel, das ist all der Scheiss. Mach es, als du im Mai warst. Hast du noch irgendwas gefallen? Das hat mich nur an den letzten Speicherpunkten... ...zurückgesetzt. Wir haben jeder Sagen und nutzen uns, um eine Armee aufzubauen. Das denkt mir ja mehrmals, das geht davon. Ich muss das einfach mal machen. Das überlegen wir uns später. Jetzt müssen wir zuallererst Kates Mom finden. Danke. Marcus. Hä? Das gibt es ja nicht. Das ist ja krank. Ich setze mich wieder zurück. Jetzt muss ich gegen diesen nochmals fighten. Das ist ja echt... Was zum fixen soll das sein? Wir müssen diese Locust-Cocons aus dem Weg räumen. Oh ja. Am besten bevor weitere Science aus ihnen herauskriegt. Die Waffe habe ich auch verloren. Okay, geht zurück. Ich komme Sie weg. Das Spiecher schrauben dich. Ich habe auch kaum jetzt mal. Ich habe auch kaum. Ich habe auch kaum. Ich habe auch kaum. Die Motivation vom Spiel, ehrlich gesagt. Das ist ein Bug. Die hat es mir ja mehrmals gegeben. Und nicht ganz gut gesagt. Immer die Musik. Das war's. Wir sind durch. Stopp. Der Stapler wurde getroffen. Fick der Scheiße. Oh Scheisse. Leg den Hesh um. Den was? Den Hesh. Deswegen sind wir... Ach, vergiss es. Erschiesst das Ding einfach. Ich habe gewonnen. Ich kann das nicht zurückkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. der stapler ebenfalls okay suchen wir einfach den tunnel hier raus und arbeiten uns zum erztransporter vor hatet ihr probleme hier runter zu kommen das war mir aus dem spiel aus einfach nein keine echten probleme wir haben einen weg hier raus oder ja natürlich ich kann jetzt scheissdreck nehmen aufpassen direkt voraus keine rote dröhne Okay. Okay. Okay! Der Nächste! Der Nächste! Verstanden! Okay, James. Dieser Erztransporter. In welchem Zustand ist er? Äh... Kugelt etwas. Er brennt. Dad, ich krieg das hin. Alles normal machen. Die ganze Scheisse. Hey, Marcus. Dem sind wir auf dem Winding beginnt. Da ist schon Kontrollpunkte überall. Das ist eine komische Stelle. Die setzt sich hier voll zurück. Ich habe Angst, dass das nochmal passiert. Also darf es mir dort nicht gehen. Noch mehr da vorne! Ich bin bereit! Oh! Da kommt eine Drohne! ... Geht's damit? Geht's noch mal probieren Geht's noch mal probieren Geht's noch mal probieren Geht's noch mal probieren Geht's nicht Geht's noch mal probieren Geht's noch mal probieren Geht's noch mal probieren Alle hier raus, äh! Verdammte Scheisse! Meine Kollegen machen gar nichts. Jetzt geht es mir wieder. Woher, woher, woher? 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 Woher! Da ist der Halt, die Mühne. Da rein. Da ist der Koffer mehr. Da ist der Koffer mehr. Das ist ja etwas spezialisiert für uns. Dann können wir noch nicht da damit. Das wird dann noch mal eine. Aufschritt zum Erztransporter. Univer, cool. Ich kann dich doch nicht verkommen lassen. Komm schon, komm schon. Ah, ich wollte sagen, kommt da wieder rein. Okay. Ah, ich habe es gesehen. Was ist das? Unschott, lassen wir. Die Bistola habe ich auch verloren. Eine Klasse Magnum habe ich auch nicht mehr. Deshalb ist der Schuss so schwach. Was ist das? Ach. Ach. Oh. Oh! Okay. Soba. Oh scheiße, noch mehr nach! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Das sieht gut aus, dass man... Kann man das machen, oder was? Du bist doch die Schraube. Was ist das denn? Ich sehe jetzt die Madenjahre. Schon wieder. Verdammte Axt. Ich weiß, dass es da noch funktioniert. Die Transporter ist ja ab. Auf die Rollen fällt. Das letzte Stück. Ist das unser Weg nach oben? Sie kommen. Kate zu mir. James, wir brauchen einen Plan. Benzintank? Explodiert. Kontrollraum? Zerstört. Was ist los? Spinnfuck. Witzige Idee, aber leider unmöglich. Vielleicht nicht. Hey, ich hab einen Plan. Ich möchte erwähnen, dass ich nichts damit zu tun habe. Schnappt euch alle ein Kabel. Schießt! Ich hab noch gesagt, dass es funktioniert. Das ist keine gute Idee. Vorsicht! Netze, beseitig sie! Das ist keine gute Idee. Vorsicht! Vorsicht! Der Minenschacht stürzt ein! Nein, 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 nein! Scheiße, das war knapp! Der Kopf flach! Der Kopf flach! Wurster gehen laufen! Scheiße! Gegen Gewicht! Wessen Idee war das nochmal? Hey, wir arbeiten uns daran. Fiest auf die Letze! Einen! Hat einen! Zwei! Ah, wir sind zwei! Nein! Wow! Ist das jetzt wieder? Oh, ist gut. Das kann ich nicht wieder bei sich. Das kann ich nicht drauf gehen. Oh, Scheiße! Das kann ich nicht drauf gehen. Wow! Ich kann doch Steuern! Hä? Sag nicht, was knallt mich jetzt wieder? Wow! Was ist jetzt wieder? Was ist jetzt wieder? Oh! 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 Ah! Oh! 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 Diese Maschinen werden uns zerquetschen. Und schalten sie ab. Wir werden einfach immer schneller. Hey. Wie, das war's? Und du dachtest, fliegen geht nicht. Geil, inszeniert. Hey, Dad. Alles klar? Ja. Aber hör zu. Bevor es weitergeht, brauchen wir erst Verstärkung. Was? Du meinst Gin? Nein, einen Freund. Einen Degen, Dad, Frau. Bitte jeden außer ihm. Ihn zu rufen, bedeutet ein kleiner Umweg. Einen Umweg? Was wäre nach einem Umweg aus dir geworden? Kate, ich hab doch gesagt, deine Mutter ist... Genau, dann wärst du jetzt nur noch ein Schleimhaufen. Oder Schlimmeres. Ach, jetzt komm schon. Was Schlimmeres als ein Haufen Schleim gibt's doch gar nicht. Wir werden sie retten. Jetzt. Mom, Dad, es ist ihre Mutter. Dieser Friedhof ist doppelt so groß wie der hier. Du warst in ihrer Position. Hast du damals gezögert? Oh, Scheiße. Da haben wir jetzt noch zum Amuse. Von hier sieht man die Grabstätte nicht. Sie liegt auf der anderen Seite des Dams. Kommt schon. Und wer sind die vier Kerle da oben auf dem Ding? Niemand. Die repräsentieren nur die vier Energiequellen. Wasser, Luft, Licht und Gas. Keine Emulsion? Der Damm wurde vor der Emulsion gebaut. Wow, so alt ist der? Heute gibt es doch kaum noch was, das so lange hält. Ein paar Sachen gibt es schon noch. Ja, da blinkt auch ein bisschen. Und aber auch Gokom. Es gab Dutzende. Vielleicht sogar Gokom. Wir können unmöglich alle infiziert sein. Tja, wir werden es herausfinden, so oder so. Das wird für die ganze Welt länger. Also gut, über den Wartungsturm kommen wir in den Damm. Oh, Scheiße, eine Sturm vor uns. Die kommt schnell näher. Beeilen wir uns lieber. Wie viel Zeit bleibt uns, bis die hier ist? Nicht viel. Scheiße, eine Sturm vor uns, bis die Sturm vor uns. Dafür haben wir keine Zeit. Scheiße, eine Ignor. Lohre, da. Das muss reichen. Sch Ist das hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oder nicht? Halb. Bewegung! Zum Flussbett! So halb. Die kann ich gut gebrauchen. Dummschit. Aber dann habe ich nicht den Gnescher verloren. Dann bin ich lieber da. Einen Schuss. Scheiße! Zu spät! Die Sturmkontester! Wir müssen schnell zum Turm! Dort finden wir Schutz! Schwarm! Direkt voraus! Die Schacht dahin. Die Schacht dahin. Die Schacht dahin. Die Schacht dahin. Die Schacht dahin! Der Sturmkontest wird heftiger! Wir müssen weiter. Kämpft euch durch! Die Schacht dahin. Ich hab da drin. Die Schacht dahin. Das hat geklappt! Das hat geklappt! Was für eine Sauerei! Jetzt auf, was du brauchst! Was für eine Sauerei! Was für eine Sauerei! Was für eine Sauerei! Anastas! 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 Da vorne ist der Turm. Lauft weiter! Kann mir irgendwer helfen! Ich denke mal, ich habe es hier, so. Scheiße, lass dich nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Scheiße, du hast den Turm schon. Hier ist der Turm. Ich kann es so gehen! Hier ist der Turm. Der Strom drauf. Ich bin fast da! Los, 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 los! Alle rein mit euch! Alle in Ordnung? Ja, glaub schon. Die Sturmfront ist vorbei. Aber wir kommen nicht mehr hoch! Dahinten ist noch ein Wartungsturm. Folgt mir! Kommt es nur mir so vor, oder ist der gesamte Planet nur darauf aus, uns zu töten? Geht nicht nur dir so. Abgehört, die Kurm macht Brüche in der Planetenkursche für das schlechte Wetter verantwortlich. Davor waren es Sonnenflecken, dann atmosphärische Störungen. Keiner hat einen Plan. Und wie kommt mir das Ding her? Hallo? Bringst du das weg? Woher kommst du da drüber? Auf die Granate! Super! Granate platziert! Oh nein! Oh nein! Die kann man ansetzen, diese Dinger. Dann geht es in die Luft, oder was? Und wie zündest du sie? Jetzt haben ja alle Granaten verschwendet. Und weiss ich... Wie zündest du das Ding? Ich komme nicht an die Waffe her. Der hat nicht... Sieh mal an! Einer von Jins Vögeln ist abgeschmiert! Holen wir uns was? Ein Overkill! Jetzt kommen die Vögel auch wieder ins Spiel, oder was? Hier. Noch mehr Schwer! Fertig. Lass da vielleicht nicht da sein. Sie werden stärker! Lass uns das! Ich bin ein paar Seiten. Ah, voll hier. Okay, alles sauber. Gehen wir in den Turm. Das Haupttour ist da oben. Granate wäre gekommen. Schau an, schau an! Das tut er nicht. Der Muni. Wer geht immer? Hey, das schaffe ich nicht allein! Das habe ich ein bisschen länger gemacht, weil ich musste zu Beginn des Kapitels zurücksetzen. Aber da hätte ich stecken. Markus, du scheinst ja schon mal hier gewesen zu sein. Vor echt langer Zeit. Offizielle Chorangelegenheiten, sag ich mir. Klingt nicht gerade prickelnd. Glashauten. Okay, das könnte ein Problem werden. Dann säubern wir es halt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schau, den ich machst! Was ist das? Guck dir! Da kommt noch mehr! Passt auf, Schauschützer! Das ist ein Wettbewerb. Sicher! Schaufschütze! Nein! Ich nehme die Waffe auf und werde sie direkt killen. Shit! Das ist ein mieser Volk. Vor echt langer Zeit. Offizielle Chorangelegenheiten, sag ich mal. Klingt nicht gerade prickelnd. War's auch nicht. Okay, das könnte ein Problem werden. Aber die Idee ist doch... Dann säubern wir's halt! Wunderschönes Ding! Da kommt noch mehr! Pass auf Schaufschütze! Wunderschönes Ding! Wunderschönes Ding! Wunderschönes Ding! Wunderschönes Ding! Wunderschönes Ding! Das ist erster Wunderschönes Ding! Wunderschönes Ding! Ow, Wunderschönes Ding! vineg draws you an! Wunderschönes Ding! OK, das ist Toad! Ah shit! Das ist Toad! 1 wasser oh ich habe zu schlitzend Das Haupttor ist zu. Cool. Das Tor aufmachen. Das ist das Sammelstück. Korbenpfähle. Mega spannend. Habe wird sicher die Steuerung sein. Bummshot. Da verliere ich die Waffe. Ich hab's. Gehen wir rein. Bummshot. Auch ein Strecker. Wow. Ich wette hier war seit dem Krieg keiner mehr drin. Nicht mal um die Leichen zu bergen? Nach dem Krieg hatten wir genug mit den Lebenden zu tun. Die Toten waren uns egal. Kommt schon. Hier lang. Die Toten sind wahrscheinlich nicht wenige. Warte noch mit Muni. Die Toten sind nicht mehr. Ich denke, dass wir sie dann auch gut hier zu tun können. Ich habe eine Menge Muni. Also brauchen wir sie irgendwie nächstens. Oh, krass. Egal, tretet es wieder ins Loch zurück! Wolls-Tree! Gros, das Ding war so riesig wie ein laufender Flugzeugträger! Gehen wir! Die Gear-Sophore ist eine deutlich grössere Gegner. Das ist also unser Ziel, ja? Wehe, es gibt keinen Fahrstuhl! Hey, Markus, kommst du? Ja! Als du hier warst mit der Core, was ist da passiert? Die Saddam hat die letzten Core-Fabriken mit Strom versorgt. Ich war hier, als wir ihn verloren hatten. Eine Rettungsmission. Ein paar Dutzend Gears waren da drin gefangen. Wie hast du sie rausgeholt? Gar nicht. So, wir werden das machen im nächsten Mal. So, wir werden das machen im nächsten Mal. So, wir werden das machen.